Jo meine Leute, willkommen zum vierten Spieltag der PINI DEL Saison 2022-23 Predictions. Alle Spieler live bei Magenta Sport wie immer. Los geht's heute um 14.00 Uhr SBM Berlin unterliegen Löwen Frankfurt mit 3 zu 4 nach Overtain. Dann um 16.00 Uhr hat es Isale Unrußdorf gegen ERC Red Bull München. 3 zu 5 für Red Bull München. Augsburger Panther unterliegen Düsseldorfer E.G. 2 zu 4. Güsslis aus Wolfsburg schlagen die Nürnberg Eistigers mit 6 zu 2. Und um 19.00 Uhr Straubing Tigers gegen Pinguiner Bremerhaven. Das geht 3 zu 2 auf nach Overtain für Straubing. Dann Adler Mannheim unterliegen die Bietigheim Steelers 1 zu 3. Und ERC in der Stadt schlägt Schwimminger Wild Wings mit 3 zu 0. So das war's vom vierten Spieltag mit dem Predictions der PINI DEL Saison 2022-23-23. So wenn ihr euch da wieder gefallen habt, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst da auch kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen und lasse nicht vergessen sich die Wien. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf den Channel. Bis deiner guten Hockey. Ciao. Bis zum nächsten Mal.